Das erste Mal, als ich im Olympiastadion war, das war jung trainiert für Olympia, war ich 13. Es war so dunkel und es war so hoch und so tief. Ich dachte, das ist ein Stadion größer als die Stadt, aus der ich komme. Ich durfte hier nur einmal werfen. Das war 2009. Und ich darf jetzt nochmal werfen irgendwann hier. Das ist 2018. Copyright Untertitelung. BR 2018